Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 2590 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bitte stellen Sie die Pflanze in das Schaufenster und schreiben Sie einen Preis auf das Schild. Bitte stellen Sie die Pflanze in das Schaufenster und schreiben Sie einen Preis auf das Schild. Diese Frau zeigt mit ihren Fingern das koreanische Liebessymbol. Diese Frau zeigt mit ihren Fingern das koreanische Liebessymbol. Diese Frau zeigt mit ihren Fingern das koreanische Liebessymbol. Manchmal frage ich mich, ob ich den Beruf der Krankenschwester wirklich für den Rest meines Lebens ausüben möchte. Manchmal frage ich mich, ob ich den Beruf der Krankenschwester wirklich für den Rest meines Lebens ausüben möchte. Wir haben große Pläne für die Zukunft, also motivieren wir uns gegenseitig. Wir haben große Pläne für die Zukunft, also motivieren wir uns gegenseitig. Wir haben große Pläne für die Zukunft, also motivieren wir uns gegenseitig. Ich mache den Telefonservice für unseren Online-Shop. Ich mache den Telefonservice für unseren Online-Shop. Meine Nackenschmerzen nehmen wieder zu. Ich bin gespannt, welche Abenteuer diese neue Stadt für mich bereithält. Komm herein, nimm dir einen Stuhl. Was kann ich für dich tun? Komm herein, nimm dir einen Stuhl. Was kann ich für dich tun? Komm herein, nimm dir einen Stuhl. Was kann ich für dich tun? Ich mache das Fenster auf. Dadurch gelangt mehr Frischluft in den Raum. Unsere Familie hält zusammen und macht viele Dinge gemeinsam mit den Großeltern. Unsere Familie hält zusammen und macht viele Dinge gemeinsam mit den Großeltern. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich lese gerne ein gutes Buch. Meistens geht es um Zukunftstechniken. Ich habe zu lange telefoniert und dabei die Zeit vergessen. Es tut mir leid, dass ich zu spät bin. Ich habe zu lange telefoniert und dabei die Zeit vergessen. Es tut mir leid, dass ich zu spät bin. Ich könnte heute mehr Kilometer fahren. Zeit habe ich genug. Ich könnte heute mehr Kilometer fahren. Zeit habe ich genug. Über Sekt, denken wir erst nach, wenn der Kunde unser Projekt bezahlt hat. Über Sekt, denken wir erst nach, wenn der Kunde unser Projekt bezahlt hat. Das Benzin wird immer teurer. Ich werde mir ein Elektroauto kaufen. Das Benzin wird immer teurer. Ich werde mir ein Elektroauto kaufen. Ich wollte schon immer an einer amerikanischen Universität studieren. Jetzt habe ich einen guten Abschluss. Ich kann den Elektroroller leicht zusammenfalten. Ich kann den Elektroroller leicht zusammenfalten. Ich verbringe jeden Tag zu viele Stunden in den sozialen Medien. Ich verbringe jeden Tag zu viele Stunden in den sozialen Medien. Caroline ist nachdenklich. Sie hört im Unterricht nicht zu. Caroline ist nachdenklich. Sie hört im Unterricht nicht zu. Caroline ist nachdenklich. Sie hört im Unterricht nicht zu. Robert hat mir wieder ein Geschenk geschickt. Ich bin gespannt, was diesmal im Päckchen ist. Robert hat mir wieder ein Geschenk geschickt. Robert hat mir wieder ein Geschenk geschickt. Ich bin gespannt, was diesmal im Päckchen ist. Ich möchte im nächsten Jahr an einer Meisterschaft teilnehmen. Ich möchte im nächsten Jahr an einer Meisterschaft teilnehmen. Was für eine Überraschung, dass du anrufst. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich bin ein wenig. Ich bin ein wenig. Ich bin ein wenig. Vielen Dank.